Hallo Leute, was geht und willkommen zu einem brandneuen Video. Heute mache ich mal was anderes und zwar heute spiele ich Roblox, das Spiel. Manche kennen es von euch, manche kennen es vielleicht nicht. Und wir spielen das Spiel Überlebenden Mörder als Anfang. Und ich würde sagen, ich gehe als erstes mal direkt rein. Und heute dabei ist Liebverloffel. Sag erst mal Hallo einmal. Hallo. Ja, das ist er. Vielleicht. Leute, im Spiel geht es darum, dass es gibt sehr viele Leute und ein Zufallsgenerator generiert dann, wer der Mörder ist, sozusagen. Und der Mörder muss dann auf einer Map Leute versuchen, die sich zu verstecken, sozusagen, zu finden. Und dann sie, ja, zu töten halt. Dings. Ja, das ist dein Mörder. Leute, das geht. Okay, wo bist du, Liebverloffel? Wo bist du? Oh mein Gott, ich dachte, es wäre der Mörder, aber es wäre irgendein random guy. Ne, der Mörder ist noch nicht draußen, das wird dann stehen. Der Mörder ist draußen, steht dann da so. Ach, lol, man kann einfach dann nicht spinnen. Oh mein Gott, der Mörder ist hier. Der Mörder ist hier. Scheiße, ich muss hier weg. Ja, bei mir auch. Leute, ich muss mich verstecken. Ich könnte einfach an dir vorbeilaufen und ich habe keine Ahnung. Ja, aber sieht man denn den Name-Tag? Leute, sieht man, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, der Mörder. Ich bin hinter dem Mörder gewesen und er hat mich nicht gemerkt. Leute, ich gehe jetzt hier durch. Ich gehe jetzt hier durch. In diesen Lüft und Schacht. Scheiße, der ist hier. Scheiße, der ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Leute, ich bin rausgegangen. Hast du das Game verlassen? Ne, ne, ich bin aus dem Raum rausgegangen. Leute, ich renne ja einfach so frei herum. Ich bin lebensmüde, ey. Ich versuche dich zu finden. Wie, welcher Skin bist du? Ah, Mörder, Mörder, Mörder. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich renne gerade um mein Leben. Hilfe. Renn. Okay, wir sammeln das hier mal ein. Nice. Mörder, der Mörder, der Mörder. Wo ist denn der? Wo ist der? Ich bin auf irgendeiner Kacketage und da ist niemand außer ich. Nicht mehr der Mörder. Es gibt die Tage? Es gibt die Tage? Ja, ja, da gibt es so eine Leiter. Man kann da runterlaufen. Ich gehe mal runter auf einmal, okay? Das ist mir. Ja, ja. Die ist hier. Er ist hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Er greift mich an. Ah, nein, Hilfe. Ah. Digga, der ist da. Er ist da hinter mir. Er ist hinter mir. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Runterspringen. Springen hier runter, Christian. Runter, runter, runter. Scheiße. Ah. Er hat mich gekriegt. Er hat mich gekriegt. Hilf mir. Jemand muss mich healen. Ich sterbe gleich. Scheiße, scheiße. Mann, ich bin bei der Leiter. Ich werde gleich sterben. Ich brauche Healing. Ich brauche Healing. Hol mich, Lieb. Bei der Leiter. Ah, unten. Er ist direkt bei mir. Ich bin bei der Leiter. Ich bin bei der Leiter. Ah, die sich so im Kreis dreht so. Ah. Der steht direkt neben mir. Das ist so was für ein Camping. Verschwinde hier. Wie? Hä? Hiehle mich. Oh mein Gott. Er hat mich angehealt. Ja. Oh mein Gott. Er ist so ein Ehrenmann. Er hat sie geopfert. Und er ist jetzt getroffen worden. Aber er hat mich gehealt. Leute, das ist sehr gut. Ich bin an der Leiter. Okay. Die Ausgänge sind offen. Wir müssen in die Ausgänge, um hier rauszukommen überhaupt. Wusstest du das? Nee. Ja, die Ausgänge, die sind diese grünen Dinger. Du musst da rein, um wegzukommen hier. Ey, ich hab 8 von 8, Alter. Du musst in diese Ausgänge. Scheiße für 44 Sekunden. Such die Ausgänge, diese grünen Dinger. Diese grünen Teile. Alter. Ja, du musst in diese Ausgänge, um hier wegzukommen. Sonst verlierst du. Diese grünen Teile. Die werden schon angezeigt. Ja. Und ich komme raus. Let's go. Ich bin raus. Chris Boyle 1616 ist rausgekommen. Leute, wir gehen in die Runde Nummer 2 herein. Wir sind jetzt in der Map Paparoni Spezzaria. Und ich bin gespannt, wer der Mörder sein wird. Oh mein Gott. Es ist... Leute, es dreht sich. Es dreht sich. Wer ist es? Es ist Angelina 33, glaube ich. Hab ich da gesehen. Ich hab gar nicht so richtig geguckt. Okay. Leute, es wird richtig gruselig jetzt. Ach du Kacke. So sieht das aus. Ah, by the way, checkt Liebverloffels Kanal auch ab. Er hat auch einen Kanal. Okay, Leute, ich geh mal, glaube ich, hier rein. Aber es leckt immer noch bei mir hart. Ich geh hier in diese... Der Mörder ist hier. Und diese Musik kommt. Und das rote Licht kommt, wenn der Mörder in der Nähe ist. Ich seh dich, ich seh dich. Wo, 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 wo? Oh mein Gott, ja, Liebverloffel. Let's go, wir haben uns getroffen. Let's go. Ich hab einen Keks. Ah, ich hab hier was? Komm mal, ein Feuerzeug. Kein zweites. Liebverloffel, komm hier runter in die Leiter. Wo bist du? Liebverloffel? Ah ja, okay, komm, lass hier runter gehen. Vielleicht finden wir hier was. Vielleicht hier gibt's. Scheiße, er ist da. Renn nach oben, nach oben, renn nach oben. Oh mein Gott, der war da. Wir müssen hier doch nur weg. Digga, ich dachte, da wäre ein Safe Spot. Oh, und hier ist ein Lüftungsschacht. Ein Lüftungsschacht ist sehr wichtig. Da kann der Mörder zwar auch reinkommen, aber da kommt er fast nie rein. Liebverloffel, bist du im Lüftungsschacht? Ja. Ich bin... Komm, lass mal hier runter gehen, ey. Kein Bock mehr. Oh mein Gott. Hörst du das? Hörst du das? Hörst du das? Guck mal, doch, diese Geräusche, diese Hit-Geräusche. Jemand wurde gerade getötet. Denkst du mir so, ich versteck mich im Schrank, ich hab zu viel Schiss. Und du? Bei mir ist gerade alles grau. Bei mir ist gerade alles grau geworden. Leute, hä? Ey, hier versucht der Typ reinzukommen, aber der merkt nicht, dass nur da drinne ist. Scheiße, scheiße. Hörst du die Musik? Hörst du die Musik? Ah! Der Mörder! Scheiße, hilf mir! Hilf mir! Ich bin im Lüftungsschacht. Ich bin im Lüftungsschacht drinne. Oh mein Gott. Alter, ich wurde getötet. Ich hab mich so erschrocken. Wo bist du? Wo bist du? Ich kann dich heilen. Ich kann dich heilen. Wo bist du? Wo bist du? Ich kann dich heilen. Hilfe! Wo bist du? Ich kann dich heilen. Wo bist du? Scheiße. Ich renne zurück zum Lüftungsschacht. Mann, der verranzte Mörder ist hier beim Lüftungsschacht. Verschwinde endlich. Oh, ich wurde geheilt. Also zur Hälfte. Ja, okay, okay, okay. Wo bist du? Geh wieder zum gleichen Lift. Ich bin noch. Ich bin noch. Ah! Nein, er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Leute, der Mörder hat mich getroffen. Hilf mir, hilf mir. Ich brauche Healing. Scheiße. Healing, healing, healing. Ich bin unter dir. Oh, mein Gott, du bist tot. Das bist du gewesen. Nein, lieb Verlaufe. Scheiße. Gute Nacht. Nein, mein Freund. Das ist so ein Jumpscare. Der ist auf einmal vor deinem Gesicht. Ja, ist so. Das ist so ein Jumpscare. Ich gebe es auf, Junge. Ich gebe es auf. Hier ist kein Schwein. Leute, das war es für ein Torte. Jetzt kann ich zugucken. Jetzt kann ich zugucken. Jetzt kann ich zugucken. Oh, Digga. Oh, mein Gott. Leute, es ist der Killer. Es wird aus. Es wird aus. Es ist Gamezakata. Oh, mein Gott, Leute. Zum Glück sind es nicht wir. Es ist Pennywise. Okay, Leute. Wir verstecken uns. Soll ich mir in einen Raum gehen? Ja, ich gehe in dieses Gebäude, Leute. Was denkt ihr? Ja, ich gehe in dieses Gebäude. Wo, wo, wo? Oh, mein Gott, dein Mörder ist da. Ich höre die Musik. Scheiße, die Musik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist hier, er ist hier, er ist hier. Er hat mich gekriegt. Scheiße, Mann. Ich will Şuilfe. Healing, healing. Wo bist du, Lieb? Lieb? Lieb, ich heiss, Mann. Scheiße, er kam direkt gegen mich. Bei mir. He Northwest. Heal mich. Heal mich. Was bist du? Ja, let's go. Ich liebe dich. Rimm hier weg. Rimm hier weg. Renn hier weg. Rennen. Wo bist du? Lieferlaffeln. Ich wohne nicht mehr. Okay, ich bin in einer Bar. Ich bin in einer scheiß Bar drin. Oh mein Gott. Scheiß, runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Runter, 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 runter. Runter, 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 runter. Ich verstecke mich in der Bar. In der verdreckten Bar. Hier sind irgendwelche Getränke. Wo bist du? Der war der Elf. Wo bist du? Ich hilf dich. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Lieferlaffeln, hinter dir. Wie kann man hier hin? Ja, ja. Das bist nicht du gewesen? Nein, ich bin da nicht. Ich bin da nicht tot. Scheiße, Scheiße. Oh nein. Ich weiß nicht, ich bin da nicht tot. Runter, 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 runter. Runter, runter, runter. Junge, ich verstecke mich hier unter deiner scheiß... Unter deiner scheiß... Oh mein Gott, Digga, er ist direkt da! Bist du tot oder lebst du? Nein, nein, ich verstecke mich gerade. Ich lebe noch. Und du? Junge, ich verstecke mich gerade in so einem Shop. Ich verstecke mich in einem Waffen-Shop. Ich verstecke mich in einem Waffen-Shop. Bei der Kasse, unter der Kasse. Ich habe mich geduckt. Hier liegt ein Revolver. Hier sind überall Gewehre. Oh mein Gott, Junge. Ich bleib hier, die Geld. Ich helfe dir, wo bist du? Ich gehe nach oben, Leute. Ich gehe nach oben. Ich gehe jetzt ganz hier auf dem Dach. Scheiße, der ist da. Oh, da wurde jemand rumgebracht. Ich bin auf dem Dach. Ich kann mir nichts zu leide tun. Ich bin auf dem Kandendach. Alter, da ist er, da ist er unten. Oh Gott, der schlägt ein Splat. Nein, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Kann ich dich hier hin oder nicht? Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es mich wissen und lasst ihn da. Vielleicht könnt ihr auch kommentieren, wenn es geht. Ja, oder in die Kommentare. Weil bei mir sind die meisten Kommentare deaktiviert, aber das mache ich selber nicht. Die sind immer meistens einfach so deaktiviert. Okay, ich gehe weg hier. Ich gehe weg hier. Ich muss hier springen. Auf das nächste Dach. Ich bin auf einem Dach von einem Haus. Und du? Wie kommst du auf einem Dach raus? Ja, Digga. Ich verstecke mich hier drunter mit einem Typen. Einfach mit einem Geschenk. Ah. Hilfe, 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 Hilfe. Ich sehe dich, ich sehe dich, lieb Vorlaufen, ich sehe dich. Ich helfe dir, ich muss dir helfen. Scheiße. Die Vorlaufen, beweg dich nicht. Beweg dich nicht. Beweg dich nicht. Beweg dich nicht. Ich komme. Scheiße, wenn ich jetzt komme, dann tötet er mich auch. Was mache ich, Leute? Fuck, ich helfe dir. Ich helfe dir, ich helfe dir. Komm her, komm her. Ja, ich habe dir geholfen. Let's go. Schneller, schneller. Schneller, schneller in das Tor. Ja. Wir haben es geschafft. Baby, let's go. Oh. Oh. Wir haben es geschafft. Wir sind zwei, mein Snowman, aber egal, wir haben es überlegt. Ja, das war es mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lieb Vorlaufen, sag auch einmal Tschüss. Tschüss, das war sehr toll, zum ersten Mal mit dem Video aufzunehmen. Das war sehr super. Ja, das freut mich auch. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, Leute, ich würde sagen... Wenn ihr noch mehr Content mit mir sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Korrekt. In die Kommentare. In die Kommentare. Alles klar, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.